Viele Fans waren enttäuscht, als sie erfuhren, dass es im Frühjahr keine TV-Shows von Florian Silbereisen geben wird. Die Sender setzen mehr auf Sendungen wie die Giovanni Zarella Show, die Beatrice Egli Show oder auch die Show von Roland Kaiser, Kaiser Mania. So ist es natürlich eine große Enttäuschung, Silbereisen nur noch auf dem Traumschiff und nicht mehr in den Musiksendungen zu sehen. Erst im Sommer wird es neue feste Shows von Florian Silbereisen geben. Wer aber nicht lange warten möchte, kann ihn am 3. März im TV sehen. Der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023 heißt unser Lied für Liverpool. Die Show findet am 3. März um 22.20 Uhr in Köln statt und wird live im 1. übertragen. Einige prominente Talk-Gäste sind eingeladen, darunter auch Florian Silbereisen. Ob Florian Silbereisen für Icke Hüftgold votet, damit er mit seinem Schlagerhit für Deutschland nach Liverpool fährt? Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Sendung und auf den Eurovision Song Contest in Mai. Die Show wird es in der nächsten Mal. Die Show wird es in der nächsten Mal. Die Show wird es in der nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.